. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Halbschwergewicht aus dem Ende, Thomas Menzel und Parteischer im Ring. 205 Minuten ausgemachte Distanz und ich wage zu prognostizieren, dass die nicht erreicht wird. Die können nämlich beide hauen. Lukas Menzel und Zai Di Ionisi. 2nd Sound Betreuer aus dem Regen. 2nd Sound, bitte. Ladies und Gentlemen, begleiten Sie die Kämpfer mit ihrem Applaus in die erste Runde. Ring frei, Runde eins. Hände sich an die Akkai zu tun. Das ist wirklich ein Wundermann. Das ist wirklich ein Wundermann. Ich habe einen Schnauze. Oh! Oh! Gut da! Gut da! Vielen Dank. 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 Oh. 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.